Farbsack-Trenn-System 1, 2, 3, 4 Farbsack-Trenn-System Willkommen beim Pilotprojekt Farbsack-Trenn-System der Stadt Bern. Mit unserem ökologischen Farbsack-Trenn-System leisten wir gemeinsam eine effiziente Entsorgung, ganz angenehm. Denn im Haushalt häuft sich jeden Tag viel Abfall. Glas, Kehricht und Papier, Kunststoff, Pett und Metall, in jedem Fall und überall. Und deshalb trennen und ordnen wir jetzt zu Hause schon den ganzen Mist im richtigen Farbsack-Ton. Sauber getrennt kommt all der Abfall zack, zack in den entsprechenden Recycling-Sack. Jetzt schnell weg mit den farbigen Säcken in den Montainer an der Ecke. Ab hier übernehmen wir vier und entsorgen einmal wöchentlich im Quartier. Kein mühsames Entsorgen bei den verschiedenen Sammelstellen. Kein Schleppen und kein Überlegen, wann, wo und wie sie ihre Abfälle dem Recycling übergeben. Das neue Farbsack-Trenn-System kommt uns allen sehr gelegen. Gibt's gesorgen? Geist, 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 Geist Untertitelung des ZDF, 2020